Unser Thema ist ja die digitale Zukunft im Planen, Bauen und Betreiben und damit auch die digitale Bauakte, die wir jetzt die letzten Monate im Schweiß unseres Angesichts hier an den Markt gebracht haben und seit September im Store ist. Und vielleicht ein paar Worte zu mir. Wer bin ich? Mein Name ist Udo Schwenker. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Teamswehr. Ich komme ursprünglich aus dem planerischen Sektor und habe in der Planung und der Bauleitung gearbeitet. Das war allerdings noch im alten Jahrtausend. Aber so eine fachliche Grundausbildung, wenn man von solchen Themen spricht, schadet eigentlich nichts. Aber ich sage mal, seit dem Jahrtausendwechsel bin ich eigentlich kontinuierlich in der IT unterwegs. Natürlich auch hier dem Bausektor treu geblieben mit Engagements bei Nemetschek und ich habe dann 2006 eine eigene Firma gegründet. Wir haben sehr viel zum Thema Sharepoint-Portale im Bau gemacht, sehr große Projekte auch begleitet. 2016 bin ich da dann ausgestiegen und habe mich eigentlich dem Nachwuchsförderung gewidmet und bin Gastdozent bei der Uni Wuppertal im Bereich Digitalisierung Baubetrieb. Aber das Thema Teams und Office 365 hat mich da nicht losgelassen und ich bin hier wieder in den Ring gestiegen jetzt mit dem Thema digitale Bauakte und alles, was Office 365, Sharepoint und vor allem natürlich im Fokus auch Teams so möglich macht im Bereich Bau. Genau, da sind wir schon beim Thema. Unser Thema ist Microsoft Teams als Projekt und Bauakte. Dem haben wir uns verschrieben, weil wir einfach der Meinung sind, dass immer mehr Themen aus dem Sharepoint Richtung Teams wandern. Das heißt Teams rückt immer mehr in den täglichen Arbeitsumfeld oder ins tägliche Arbeitsumfeld und ich sage mal, diese ganzen Satelliten außenrum werden sukzessive in Teams integriert und damit gilt es eigentlich ja, ich sage mal, inoffiziell als der neue Arbeitsplatz. Und deswegen haben wir uns auch hier mit allem reingestürzt, was so geht. Natürlich auch an der einen oder anderen Stelle mit ein paar Problemchen, weil natürlich viele Funktionalitäten in der API noch nicht unterstützt werden, weil Microsoft einfach auch an vielen Stellen ein bisschen nachlässig ist. Aber wir haben hier wirklich ein großes Potenzial gesehen, solche Dinge zu machen und sind hier wirklich gut am Start. In der Baubranche ist es so, wir sind eigentlich gewohnt, dass man zusammenarbeitet. Also man muss sich das ja vorstellen, ein großes Bauprojekt, sofern es kein Flughafen ist, sollte einen Anfang und ein Ende haben. Und es müssen viele Beteiligte da zusammenarbeiten. Ich meine, wie gesagt, bei uns ist das überhaupt kein Thema. Wir machen das in der Branche eigentlich schon seit über 20 Jahren. Da hat die Industrie noch überhaupt nicht dran gedacht, hat es der Baubereich schon getan und da sind auch viele Lösungen entstanden. Aber es gibt halt immer noch diese formale Diten-Fileserver. Die Unternehmen selber haben in Projekten meistens Drittanbieterlösungen eingesetzt, also Projekträume angemietet. Also wirklich auch ganz tolle Lösungen sind da in der Vergangenheit entstanden. Wir haben ja selber auf SharePoint-Basit eine entsprechende Lösung auch am Markt platziert. Aber intern sind die meisten Unternehmen noch doch mit Fileservern unterwegs. Und deswegen haben wir auch hier mal einen Ansatz gesagt, haben wir gesagt, Mensch Leute, nehmt eure Fileserver-Strukturen und bringt die zumindest mal mobil und online. Und wirklich Schritt für Schritt Anwendungsszenarien dafür gebaut, um auch Systeme konsolidieren zu können. Ja, also wie gesagt, diese ganzen Büros und Bauunternehmen und Immobilienunternehmen haben natürlich so Drittanbieterlösungen am Start. Und die kommen jetzt alle auf die Idee, Mensch, eigentlich mit Teams und Office 365 können wir da nicht Geld sparen, können wir Sachen konsolidieren. Wir haben da noch Drittsysteme am Start. Eigentlich, die sind nicht integriert so richtig, können wir das nicht mit Teams machen. Und natürlich mein Lieblingsthema WhatsApp, das immer noch draußen natürlich auch im Business Verbreitung findet. Ja, auf der einen oder anderen Baustelle wird natürlich auch über WhatsApp ja nicht unbedingt sehr datenschutzkonforme Dinge getauscht. Ja, das soll natürlich überhaupt nicht stattfinden. Und die Idee ist ja jetzt an der Stelle diesen Kommunikationsansatz, den sie alle auf WhatsApp lieben. Ja, lustigerweise kriegen wir immer vorgehalten. Ja, wir haben so viele Ältere und auf der Baustelle und die können alle nicht mit so mobilen Sachen umgehen. Ja, dann sage ich immer, frag die mal wirklich mit ihren Kindern, mit ihren Enkeln und vielleicht sogar mit ihren Urenkeln. Und dann tun sie alle per WhatsApp sich austauschen. Das ist überhaupt gar kein Problem und absolutes Muss. Ja, und plötzlich im Business Umfeld, im Projekt, im Unternehmen sagen alle, was chatten? Was soll ich denn damit? Ja, aber mit Corona ist natürlich das Thema Videokonferenz. Ich meine, das wisst ihr alle, natürlich noch mal eine ganz andere Dynamik bekommen. Und plötzlich kann man über solche Themen auch reden, ohne dass man immer ein, ja, ein verächtliches Lächeln kassiert. So nach dem Mono, was erzählt denn der da bei uns? Wir haben noch ein Nokia 31. Ich schieße mich tot, was natürlich völliger Unsinn ist, weil die Baubranche ist eigentlich sehr digital. Ja, also die ganzen Gerätschaften draußen zum Vermessen. Wir reden über 3D-Modelle. Da werden ganz tolle Dinge gebaut, aber manchmal kommen immer solche steinzeitlichen Argumente noch mal auf, die wir natürlich mit Teams jetzt wunderbar auch beantworten können. Aber das Ganze funktioniert halt nur, wenn man ein bisschen Struktur reinbringt und wenn man sich auch ein paar Gedanken dazu macht, beziehungsweise wenn man jemanden hat, der sich die Gedanken A schon gemacht hat und natürlich auch die Erfahrung mitbringt. Völlig klar. Ja, das eine Thema, ich muss noch mal kurz zurück. Wo ist meine? Ja, ich habe ein paar Fragen dazu formuliert, nämlich um die es letztendlich auch geht. Wie nenne ich meine Projekte und Teams? Das ist so eins der ersten Fragen, die aufkommen. Man kennt ja das Thema, man legt ein Team an und dann kommt da Titel des Teams. Ja, was schreibt man hin? Ja, mein erstes Projekt oder Testprojekt oder Test 1 oder was auch immer. Also es macht natürlich Sinn, sich erst mal Gedanken zu machen, Mensch, welche Typen von Teams gibt es denn in meinem Unternehmen oder in meinem Projektumfeld? Und wir empfehlen halt immer so die klassischen drei. Also es gibt Abteilungsteams, will ich jetzt mal komplett außen vor lassen, aber ist natürlich auch zu betrachten. Es gibt Projektteams und es gibt auch Arbeitskreise. Ja, das sind so die drei Grundgeschichten und jetzt muss ich mir eigentlich Gedanken machen, wie will ich die denn eigentlich nennen? Jetzt gibt es in vielen Unternehmen, da gibt es dann so eine Liste, wo dann drinsteht, wenn du ein Projekt anlegst, dann bitte nenn das Ding irgendwie PR und dann such dir irgendwo einen schlüssigen Titel. Und das funktioniert mal, manchmal funktioniert es nicht. Also es sollte natürlich irgendeine Namenskonvention geben. In den meisten Fällen, auch hier wieder kleiner Rückblick auf den Fileserver. Es gibt natürlich Namenskonventionen, weil die Projekte sind auch auf dem Fileserver irgendwie benannt. Also da kann man sich eigentlich ganz gut anlehnen. Und es gibt vielleicht ein führendes System, ein ERP-System, das vielleicht diese Kostenstellen oder ähnliche Dinge auch schon bereitstellt. Sollte man sich natürlich Gedanken machen, ob ich dann wirklich Teams von außen anlegen kann oder ob das nicht das ERP-System übernehmen kann? Solche Gedanken sollte man sich machen. Natürlich auch der nächste Punkt, wer darf denn überhaupt anlegen? Da gilt immer das digitale Prinzip aus meiner Erfahrung heraus, entweder eins oder null, entweder alle dürfen oder niemand. Ja, ich denke, diese Diskussionen werdet ihr teilweise auch schon geführt haben, dass die IT dann irgendwie diese Dinge anlegt. Die sind dann meistens leer oder ähnliches. Also aus unserer Sicht macht es einfach Sinn, dass das jeder darf. Ja, aber man sollte ein Vier-Augen-Prinzip einführen. Und wenn es nur darum geht, nochmal zu kontrollieren, es wurde jetzt ein Projekt beantragt, gibt es denn das vielleicht schon, wo ich vielleicht gar nicht Mitglied bin? Deswegen Vier-Augen-Prinzip. Das sind halt so ein paar grundsätzliche Dinge oder auch einen Freigabeprozess in irgendeiner Form zu implementieren. Ja, ein weiteres Thema, was immer wieder ein Thema in unseren Projekten ist, darf mit Externen denn überhaupt geteilt werden? Beziehungsweise darf ich Gäste in mein Team einladen? Das ist vielleicht sogar noch das wichtigere Thema. In Teams ist es ja standardmäßig so, ich kann es entweder anschalten oder ausschalten. Ist natürlich blöde, weil ich habe vielleicht ein Projekt, die Geschäftsführung hat irgendein Projekt und die wollen nicht, dass Gäste eingeladen werden, dann macht es natürlich Sinn, dieses auch in der Beantragung von einem Projekt auch entsprechend hinterlegen zu können. So, kommen wir zum wichtigsten Thema. Ohne Vorlagen keine strukturierten Projekte. Das ist auch eigentlich jedem klar. Ja, das heißt, wenn ich auch hier wieder einen Blick in die Vergangenheit oder in die kürzere Vergangenheit, im File-Server gibt es natürlich Ordnerstrukturen, die man vorgibt. Man kann natürlich jetzt wieder diskutieren, sind Ordner das richtige Thema? Will ich an der Stelle nicht tun. Ich mag auch ehrlich gesagt diese Diskussion gar nicht mehr führen. Früher habe ich das auch immer wieder einmal angeregt und gesagt, Leute, braucht ihr Ordner noch oder so? Also, ich habe es aufgegeben, die Ordner sind in die DNA der User eingeflossen wie, glaube ich, nichts sonst auf dieser Welt. Und aber der Gedanken, ich brauche ein paar strukturierte Vorlagen, wieder für unsere drei Teamtypen zumindest, ist natürlich ein Thema. Also, es sollte natürlich die Möglichkeit bestehen, für bestimmte Themen auch strukturierte Vorlagen entsprechend anlegen zu können. Und in der Live-Demo nachher werde ich das auch mal live vorführen, wenn man so was mit Teams Standard mal tut, ja, was dabei rauskommt oder auch nicht. Und natürlich habe ich in dem Zusammenhang in meinen Projektstrukturen natürlich auch Inhalte. Auch hier wieder, ihr ahnt es schon, ja, die Ordner. Ja, die sind da und die Ordnerstrukturen, die sind mal größer, mal kleiner. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Benutzer an diese Technologien eher hinzuführen. Also, wenn man schon ein neues Thema einführt, wie mit Teams jetzt Projekte abzuwickeln, dann bitte, bitte gebt den Leuten was, was sie kennen. Nur dann wird es erfolgreich sein, ja. Aber ich habe natürlich auch im Nachgang noch Inhalte, die sinnvoll sind, nämlich, ihr kennt alle die Planner-Geschichten. Aber es ist natürlich wichtig, dass ich in solchen Projekten vielleicht auch mal die eine oder andere Aufgabe im Vorfeld schon in die Vorlage einbauen kann, damit, wenn das Projekt angelegt wird, die User schon mal eine Checkliste bekommen, an was sie alles, auf was sie alles achten sollen. Ja, da kommen wir noch dazu. Ja, alles hat ein Ende. Ja, wie gesagt, wenn es kein Flughafen ist, auch ein Projekt hat ein Ende. Das heißt, wir müssen auch uns überlegen, die Archivierung. Auch hier an der Stelle, es gibt natürlich in Teams einen Archivierungsknopf. Den kennt aber wieder nur der Administrator. Völliger Unfug. Ja, das ist ja wie auch wieder ein File-Server, dass ich den Admin anrufen muss und sagen muss, ey, pass auf, mein Projekt ist zu Ende. Macht überhaupt niemand. Ja, also deswegen ist es doch auch wichtig, dass vielleicht im Team nachfrage, Mensch, das Team hat einen gewissen Lebenszyklus. Vielleicht geht es am Ende zu. Brauchst du denn das überhaupt noch? Ja, und für die ganzen Spielwiesen und Testprojekte auf dieser Welt wäre es doch eigentlich auch ganz cool, wenn ich die automatisch gleich löschen könnte. Ja, also gar nicht mehr darauf achten, ob das noch gebraucht wird. Ich lasse jeden User-Teams anlegen. Ja, aber die ganzen bekommen einen Lebenszyklus. Das heißt, nach 30 Tagen wird so ein Testprojekt automatisiert gelöscht. Wäre ja auch ein Ansatz. Das sind natürlich alles Grundlagen, die man im Vorfeld sich überlegen muss, wenn man mit Teams und Projekten beginnt und die man einmal sauber durchstrukturieren soll. Ein Randthema, das ich nur ganz kurz ansprechen möchte, ist natürlich auch das Thema Telefonieren. Ja, Videokonferenz macht im Moment jeder, aber wir haben natürlich auch einen Telefon-Client in Teams und gerade bei uns in der Bauindustrie. Man hat viele Projekte, man hat viele Leute draußen, die mit dem Handy sehr viel kommunizieren und dann kann es auch Sinn machen, die interne Telefonie-Funktion natürlich auch stärker in den Fokus zu rücken, um hier auch eine Möglichkeit zu finden, mit den Leuten schneller zu sprechen. Natürlich gehen natürlich auch so Festnetz-Geschichten, keine Frage, bestehende Telefonanlagen einbinden. Das ist aber dann auch mehr ein Infrastruktur-Thema. Wir beleuchten das eher dann von der Projektseite. Und wir sind schon wieder bei den altbewährten Ordnerstrukturen. Das ist nämlich die größte Herausforderung, die wir in den Bauprojekten kennen. Also aus der Vergangenheit kann ich berichten, wir hatten einen Kunden, das ist noch zu SharePoint-Seiten, der hatte pro Projekt 1340 vordefinierte Ordner in einer Ordnerstruktur. Und wir mussten damals dieses mit SharePoint übertragen. Also das ist wirklich hier kein Sonderthema, sondern das ist wirklich Gang und Gäbe. Klar, das ist das einzige Ordnungskriterium, das man kennt. Und deswegen ist es halt auch so, dass wir natürlich das auch berücksichtigen müssen. Aber das Ziel ist einfach, aus diesen Ordnerstrukturen zu den verschiedenen Themen fertige Vorlagen zu definieren. Und hier sind wir jetzt schon an einem ganz wichtigen Punkt der Bauakte. Wir haben natürlich jetzt aus der Erfahrung heraus ganz viele Vorlagen schon gebaut. Und die stellen wir auch unseren Kunden kostenfrei zur Verfügung. Und das werden täglich mehr. Natürlich aus verschiedenen Gesichtspunkten heraus bauen wir diese Vorlagen mit Kunden zusammen. Und mit unserer Bauakte sind wir auch in der Lage, dass sich Kunden untereinander diese Vorlagen auch austauschen können. Weil es hilft ja nichts, so wie man das in Teams kennt. Ganz mühsam, ich baue irgendwas. Ja, und dann muss ich das vielleicht mal in einem anderen Tenant oder in einer anderen Umgebung nochmal verwenden. Ja, und dann baue ich es halt nochmal. Das macht natürlich ganz wenig Sinn an der Stelle. Und deswegen sind wir da auch unterwegs. Das zeige ich auch gleich noch. So, die digitale Projekt- und Bauakte. 100% Teams-kompatibel. Auch ein oft strittiges Thema. Wir haben uns darauf konzentriert, nicht mehr wie in der Vergangenheit viele Funktionen in SharePoint zu bauen. Ja, sondern wir bauen ausschließlich noch in Teams. Das bedeutet, wir sind im Team-Store verfügbar. Da sind wir auch besonders stolz drauf. Wir sind jetzt seit September im Store. Sind weltweit die erste Bauapplikation in diese Richtung. Und haben jetzt seit September 150 Installationen durchgeführt. Also, das ist ein mega interessantes Thema für die Kunden, weil sie natürlich viele Dinge ausprobieren wollen. Wie kann ich meine Projekte strukturieren? Und natürlich auch, wie kann ich Teams noch weitergehend nutzen? Vorlagen hatte ich gerade schon angesprochen. Liefern wir automatisch mit. Und eine Vielzahl von Zusatzfunktionen. Ich will jetzt nicht alle aufzählen. Ich denke, das macht keinen Sinn. Ich möchte euch das einfach dann gleich in der Live-Demo zeigen. Und natürlich so ein Sonderthema noch. Die Integration. Das heißt, es bestünde auch die Möglichkeit, jetzt nicht die App aus dem Store zu ziehen. Sondern gerade bei großen Unternehmen auch sehr gern und beliebt genutzt, die Installation im eigenen Tenant. Also, in Azure unsere App zu installieren. Für diejenigen, die Datenschutzthemen haben oder besondere Anforderungen an solche Sicherheitsthemen haben, können wir die auch intern installieren. Und wir bieten darum eine Integration von mehreren Lösungen. Da werde ich die eine oder andere nachher auch ganz kurz noch vorstellen. Aber wir haben uns zum Ziel gesetzt, nicht alles neu zu erfinden. Wir denken vieles neu, aber wir bauen es natürlich nicht alles. Das macht auch gar keinen Sinn. Für diejenigen unter euch, die im Bauwesen zu Hause sind, zum Beispiel das Thema Modellbearbeitung. Das werde ich nachher auch nochmal kurz vorführen. Also, 3D-Modelle auszutauschen von Gebäuden und von Bauwerken. Das macht einfach keinen Sinn als Anbieter hier, das zum hundertsten Mal neu zu bauen. Oder ein Mängelmanagement zum Beispiel, eine typische Bauapplikation. Da gibt es hunderttausend Leute, die das gemacht haben. Wir suchen uns die Besten aus, die technologisch auf der besten Plattform arbeiten. Und die integrieren wir so, dass das eine nahtlose Zusammenarbeit ist. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Und zum Schluss unser digitaler Assistent, unser TV. Der TV kümmert sich aktuell um das Thema der Genehmigungen und er kümmert sich hauptsächlich um das Thema der Archivierung von Projekten. Das heißt, er kümmert sich dann darum, die Leute zu informieren. Brauchst du dein Projekt noch oder dein Arbeitskreis oder ist es vielleicht schon abgelaufen? Und er archiviert diese Dinge auch. Der TV wird in Zukunft noch mehr Funktionalitäten übernehmen. Er wird auch die Leute unterstützen. So nach dem Motto, was muss ich heute tun? Du hast drei offene Aufgaben, fünf kritische Termine. Solche Dinge in diese Richtung wird es gehen. Da sind wir schon dabei, hier die ersten Ideen auch an den Start zu bringen. So, die Erweiterungen gehe ich mal relativ schnell durch. Vorlagenkatalog, automatische Benennung, Lebenszyklus, vordefinierte Inhalte und die Integrationsschnittstelle. Wie gesagt, zeige ich gleich noch live. Von unserer Roadmap aktuell, also von rechts unten nach links unten. Wir haben den Part der Team Governance. Das ist natürlich Grundlage des Ganzen. Da drauf unsere Projektstrukturen mit den Metadaten, mit den Projektvorlagen, mit den branchenspezifischen Inhalten natürlich auch. Und auf der linken Seite jetzt ganz frisch fertiggestellt die mobile Baudokumentation. Da werfen wir einen kurzen Blick rein. Und dann integrieren wir weitere Lösungen wie ein Prozessmanagement für Unternehmen. Auch ein sensationelles Tool, um Unternehmensprozesse zu digitalisieren. Das werden wir auch noch in einer separaten Geschichte dann mal vorstellen. Wir haben einen Partner für das Building Lifecycle Management, ist jetzt sehr bauspezifisch. Und wir selber bauen an einem neuen Projekt und File Explorer, um einfach Teams an vielen Stellen noch mit sinnvollen Funktionen zu erweitern. Und hier eine Modellintegration, auch das zeige ich noch. So, genug der Theorie. Wir gehen rein und ich möchte dann einfach mal so ein paar Themen aus der Praxis euch mal an der Stelle zeigen. Genau, und zwar, ich würde mal Folgendes machen. Wenn man im Unternehmen ja unterwegs ist, dann kommt man sehr schnell drauf, dass man ein Team wiederverwenden will. Ja, dann legt man sich erst mal ein Team an und sagt mal, okay, ich mache jetzt mal eine Vorlage für ein Projekt. Ich bleibe mal im Bau, nennen wir mal Projekt Baustelle. Ja, ganz einfach. Und dann komme ich auf die Idee und sage, Mensch, ist da eigentlich ganz cool, Teams ist super. Ich möchte mir eine Vorlage bauen für eine Baustelle. So, dann sagt er hier, gut gemacht. Ja, Mitglieder brauchen wir jetzt aktuell mal keine. Und dann kriege ich, wie ihr alle wisst, so ein relativ überschaubares Team. So, was macht man dann? Dann sagt man, okay, mal allererstes, ich möchte einen Kanal hinzufügen. Ein Kanal für die Projektleitung. Jetzt gibt es hier ja eine schöne Funktion. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt mit Windows Punkt. Genau, also Moment, nochmal zurück. Kanale zufügen. Gibt es hier die schöne Funktion mit Windows Punkt Punkt. Kann man sich hier die Emojis einblenden? Ich weiß nicht, ob der eine oder der andere das schon mal ausprobiert hat, dass man hier auch Emojis in die entsprechenden Kanäle mit aufnehmen kann. Wie gesagt, ich suche mir jetzt hier nicht unbedingt die Besten raus, aber ich möchte einfach euch mal zeigen, dass man das hier verwenden kann. Dann sage ich hier mal Kanalname und nenne das Ding Projektleitung. Die müssen ja manchmal auch eine gewisse ausgleichende Geschichte machen. Und ich mache mal hier einen privaten Kanal. Die sollen sich untereinander austauschen können. Macht irgendwie Sinn. User brauchen wir jetzt keine. Dann lege ich mir einen Kanal an und ich sage jetzt mal Planung, weil jedes Bauprojekt braucht natürlich logischerweise auch eine Planung. Auch hier vielleicht mal ein Emoji dazu. Wo haben wir denn? Nehmen wir mal das Dreieck hier als Beispiel. Und sage mal hier hinzufügen. Und dann kommt man natürlich schnell auf die Idee und sagt, naja, in der Planung, da habe ich ja auch ein paar Ordner. Logischerweise. Teams ist immer ein bisschen zickig am Anfang. Bis er die Ordner aufmacht, müssen wir noch mal kurz warten. Aber wir gehen hier mal oben rein. Den Wiki, den schmeißen wir gleich mal raus. Ja, benutzen wir eigentlich nie. Deswegen will ich ihn auch nicht haben. Und ich möchte aber dafür mal einen Planner integrieren. Und zwar, wo ist er denn? Seit das Ding lila ist, warum er die Begriffe ändert, ist mir bewusst, aber dass man auch immer die Farben ändern muss. Ich lege hier mal einen Aufgabenbereich an. Und dann komme ich relativ schnell auch auf den nächsten Schritt. Na ja, wenn ich jetzt eine Vorlage hier baue und dann möchte ich ja auch eine Aufgabe drin haben. Ja, also ich lege jetzt mal hier, da die Zeit schon wieder rennt. Nehme ich hier einfach mal nur eine Aufgabe und nenne die einfach mal Orga, der Wacke da oben. Und ich lege mal noch ein Notizbuch dazu an und nenne das Ding einfach mal Notizen. Ja, ich nehme mal bewusst nicht, dass schon vorhanden ist, sondern ich nehme mal ein neues Notizen. Und in dieses Notizbuch packe ich auch mal irgendwelche Informationen noch rein und sage jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier irgendwelche Informationen, na komm, zu Richtlinien. Ja, so. Okay. Und ein weiterer Punkt der Bauakte nehme ich hier auch schon gleich mit auf. Eine Infoseite zu meinem Projekt, wo ich dann später auch drauf zugreifen kann. Das mache ich jetzt gleich mal so. Und eigentlich ist meine Vorlage jetzt schon fertig. Können natürlich noch ganz anders aussehen, aber ich habe mal die wichtigsten Informationen alle mit rein. Und jetzt gehe ich her und sage mit den Bordmitteln aus einer Gruppe oder einem Team mache ich einen Klon. Ja, also die Idee ist ja da. Und wie man das von Microsoft so kennt, im ersten Moment denkt man, coole Sache, ich kann das jetzt klonen. Ich mache ein Projekt da draußen und nehme das mal Baustelle 01. Ups, das waren ein paar. Uah. Baustelle. Na, was ist denn mit meiner Tastatur hier los? Baustelle 01. Ja, so. Und ich sage, bitte klone alles, was in meiner Vorlage drin ist und sage mal hier, los geht's. So, Team wird erstellt. Die, 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 die. So, gut gemacht. Ja, schön wär's. Ja, ich denke, der eine oder andere oder die eine oder andere hat schon mal die gleichen Erfahrungen gemacht. Jetzt hat er hier einen Klon. Ja, blöde. Privater Kanal. Nicht da. Ja, dann gehe ich in Allgemein. Ich freue mich. Aufgaben. Leer. Notizen. Leer. Wiki. Habe ich doch gelöscht. Blöde. Dann gehe ich in die Planung. Oh, Wiki doppelt. Auch nicht unbedingt gut. Ich gehe in die Dateien. Ja, ihr ahnt es schon. Nix da. Also, ist eigentlich unbrauchbar. Wir haben gedacht, mit den neuen Team Templates wird es besser. Aber es ist auch nur partiell besser geworden. Also, das ist einfach für eine professionelle Arbeit nicht zu gebrauchen. Vergessen wir gleich mal. Jetzt kommt die Bauakte ins Spiel. Und in der Bauakte ist es so, dass wir einen Bereich Vorlagen haben. Ich will da jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Man könnte sich hier jetzt die Vorlagen ziehen. Aber ich habe jetzt hier verschiedene Vorlagen schon mal vordefiniert. Und jetzt gehe ich einfach mal her und sage, importiere mir mal meine V-Projekt-Baustelle. Also, die ich ursprünglich mal angelegt habe. Die importiere ich jetzt in die Bauakte. Und das ist jetzt meine neue Vorlage. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Er zeigt es hier auch an. Und in der Zwischenzeit kann man hier mal sehen, wir haben hier eins für Planung, für eine Baustelle, für eine Ausführung, aber auch für einen Arbeitskreis. Ich kann natürlich auch andere Teams damit anlegen. Ich muss nicht nur Projekte anlegen. So, jetzt hat er das importiert. Und jetzt ist dieses Team eine Bauaktenvorlage. Und jetzt, also man sieht ja auch in der Version 1 und es ist noch nichts angelegt. Wunderbar. Dann gibt es hier die Funktion zu sagen, ey, ich möchte die runterladen zum Austauschen. Ich möchte sie speichern, wenn ich Veränderungen mache. Also, es könnte ja sein, ich möchte noch weitere Ordner anlegen, was auch immer. Aber ich setze mal ein paar Metadatenfelder, weil ich will ja mein Projekt irgendwie auch strukturieren. Das hat ein Beginn, ein Ende. Eine Projektnummer, eine Projektart. Also, ich habe einfach ein paar Metadaten, die ich brauche. Die kann ich auch frei definieren. Ja, also das ist komplett frei definierbar. Dann schieben wir mal die Projektnummer nach oben. Dann kommt die Projekt A, dann kommt Beginn, Ende. Wunderbar. So, das war es schon. Und jetzt kann ich sofort ein Projekt beantragen. Ja, also im Hintergrund ist natürlich noch eine Freigabe definiert und so weiter und so fort. Aber ich möchte jetzt mal, weil die Zeit ja rennt, hier ein Projekt beantragen. Ich kann, halt, ich war vielleicht eins zu schnell. Hier wieder die Frage nach Privat oder Öffentlich. Und jetzt kommen nur Vorlagen. Es kommen nicht die anderen Teams oder andere Themen, sondern es kommen nur die Unternehmensvorlagen, die wir definiert haben. Und da ist auch unsere V-Projekt Baustelle. Dann sage ich, die möchte ich benutzen und sage jetzt mal hier Baustelle 2. Ganz bewusst meine zweite Baustelle. Und jetzt kann ich hier schon Personen natürlich eintragen. Das ist die Petra Projektleitung. Ich selber werde hier auch eingetragen, damit ich auch für andere auch was anlegen kann, kann ich weitere hinzufügen. Wir benutzen hier auch ganz bewusst keinen Service User, wie das so andere Kolleginnen und Kollegen machen. Weil, wie ihr alle wisst, ein User kann nur in einer bestimmten Anzahl von Teams Mitglied sein. Wir sind im Bauumfeld, wir haben Kunden, die haben hunderte Teams im Jahr. Ja, ein Service User hat halt irgendwann ein Ende. Deswegen verzichten wir daraus. So, jetzt tue ich hier noch ein paar Leute einladen. Den Peter Planer zum Beispiel und den Clemens Controlling. Dann sage ich, bitte dringend freigeben. Ja, ich beantrage das Ding. Ich kann jetzt hier sagen, noch Gäste hinzufügen. Das ist das, was ich einfangs gesagt hatte. Freigeben, dass ich sagen kann, nein, ich will keine Gäste in meinem Team. Wir haben hier auch die Klassifizierung schon mit drin, die in Teams ja Einzug halten werden, beziehungsweise Einzug in Office 365 gehalten haben. Und jetzt fragt er mich nach der Nummer. Ich sage jetzt hier meine Projektnummer. Da Projekt, die Projekt A, das ist ein Tiefbauprojekt und das geht los am 1. Februar und läuft voraussichtlich bis im 30. November. Ja, dann sage ich weiter. So, und jetzt schlägt unsere Namenskonvention zu. Also wieder zurück, an was ich denken soll. Nämlich, ich habe mein Vorlage Projekt Baustelle und wir haben jetzt mal definiert, wenn es ein Projekt ist, kriegt er immer ein PR. Ja, dann kommen die eingegebenen Metadaten, in diesem Fall die Projektnummer und dann kommt erst mein Titel der Baustelle. Ja, wir kriegen ja auch wieder eine E-Mail-Adresse. Auch das haben wir wieder nach vorne geholt. Das heißt, man kann da auch dann wieder E-Mails hinschicken. Ja, dann meine Metadaten, kann ich alles nochmal prüfen. Sag ich, okay, erstelle mal meinen Antrag. In diesem Fall bin ich Antragsteller und Genehmiger in einer Person. Ich bekomme hier eine Anfrage. Unser Tivi hat sich jetzt hier gemeldet und hat hier gesagt, hey, du hast hier einen neuen Antrag. Kannst du den mal bitte bearbeiten? Dann kann ich hier reingehen. Ich kann jetzt sagen, es ist die Baustelle 2.1 zum Beispiel. Ich kann das hier auch nochmal anpassen, wenn ich möchte. Kann alle Einträge hier nochmal kontrollieren. Sag ich, okay, passt. Passt, ja, passt, Teamname ist neu, genehmigen, los geht's. Und jetzt beginnt das dieser Anlegeprozess. Während er jetzt anlegt, wie gesagt, die Zeit rennt. Ich habe noch 10 Minuten maximal, 5, 6. Möchte ich euch noch ein paar Funktionen zeigen. Also er wird hier jetzt gleich anfangen, das anzulegen, an was wir gerade arbeiten. Ein Thema ist jetzt hier schon mal mit aufgekommen. Wir haben hier schon eine Möglichkeit, hier sogenannte Modelle zu integrieren. Ah, der Anlegeprozess hat hier unten begonnen. Kann man gleich nochmal anschauen. So, wir sind hier in der Lage, jetzt schon mehrere Drittsysteme in diesem Bereich hier anzuzeigen. Also hier zum Beispiel solche Gebäudedarstellungen zu machen. Da haben wir jetzt eine Integration mit Autodesk gemacht. Da kann man natürlich ganz tolle Dinge tun. Ja, also man kann hier zum Beispiel solche Schnitte legen. Ja, kann ich hier hergehen und kann zum Beispiel dann das drehen. Ja, ich kann hier reinzoomen und kann zum Beispiel auch hier jeden einzelnen Tisch und jede einzelne Tür mir angucken. Kann mir das anzeigen lassen. Ja, also hier sind wir sehr stark jetzt in der Integration, weil das sind natürlich typische bauspezifische Themen, die man einfach braucht, um solche Dinge abzuarbeiten. Und ein ganz wichtiges Thema ist unser neuer File und Projekt Explorer, weil auch hier, ihr kennt diesen Dateienreiter an der Stelle und man stellt ganz schnell fest, viele Funktionen hängen noch irgendwie im SharePoint dahinter. Und wenn sie dann da sind, dann sind sie auch nicht wirklich gut umgesetzt. Und wir haben gesagt, das macht alles gar keinen Sinn. Wir brauchen eine Grundlage, auf der wir die bauspezifischen Funktionen umsetzen. Und da kam jetzt die Idee eines Projekt- und File-Explorers auf. Und da geht es schon los hier mit. Das ist jetzt noch die Alpha-Version. Also bitte nicht auf jedes Detail achten. Wir sind noch nicht ganz so weit, aber ich muss es euch einfach zeigen, weil es ein Riesensprung nach vorne ist. Wir sehen zum Beispiel im Projekt die letzten Dokumente, die es gibt. Ja, also gibt es ja in Teams so gar nicht. Ja, sondern ich muss immer in jeden Kanal. So was neu ist, das ist alles irgendwie nicht so wirklich da. Und wir können jetzt hier auch hergehen. Ich gehe jetzt mal auf Vollbild und mache mal eine neue Navigation an. Und jetzt bekommen wir die Kanäle natürlich hier auch zu sehen, inklusive der dahinterliegenden Ordnerstruktur. Also wie gesagt, ich bin es leid, diese Diskussion zu führen, ob man Order braucht oder nicht. Wir haben sie einfach da. Und jetzt stelle man sich vor, ich habe hier ein Dokument. Jetzt kann ich sofort sehen, wem gehört das Dokument? Wer hat es erstellt? Ich kann das Dokument hier mit externen Teilen. Ich kann sehen, wer hat Zugriff auf das Dokument? Ich sehe hier unten die Metadaten. Ich sehe, welche Aufgaben sind mit dem Dokument verbunden. Und ich habe hier auch die Vorschau-Option. Das heißt, ich kann hierher gehen und kann hier drin reingehen. Ich kann das Vollbild machen. Ich kann da drin arbeiten. Alles Dinge, die man so schmerzlich in Teams vermisst. Ich weiß, jetzt sagt der eine oder andere, ja, das wird alles in Teams auch kommen. Microsoft wird das machen. Teilweise haben sie schon umgesetzt. Leute, ganz einfach. Ja, es sind viele Funktionen, die Microsoft einbaut. Aber sind wir mal ehrlich. Jedes Mal, wenn irgendwas kommt, dann kommt man wieder auf den Trichter. Ja, ganz gut gedacht. Aber, und genau das wollen wir einfach nicht mehr. Wir wollen uns da selber darum kümmern, damit wir eine vernünftige Grundlage bekommen. Auch hier zum Beispiel Ordner zu teilen. Ich will wissen, wer hat Rechte auf den Ordner. Ich will die Ordner mit externen teilen. Auch dann, wenn ich sie nicht einladen will in mein Team, weil die gehören da nicht hin. Aber ich möchte ihnen vielleicht den Ordner zur Verfügung stellen, weil ich sage, lad mal dort deine Ergebnisse hoch. Dann will ich das übers Teilen machen. Also das mal so ganz grob. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick auch. Wir können natürlich auch die SharePoint-Inhalte hier direkt anzeigen. Also nichts mehr mit Register, SharePoint, all diesen Quatsch da, das kein Mensch versteht. Nein, wenn es Bibliotheken hier in SharePoint gibt, werden die hier natürlich auch direkt in unserem Projekt und File Explorer angezeigt. Die nächste Stufe, die wir da zünden, ist dann auch Teams, Haupt- und Unterteams zu machen. Weil nicht immer ist ein Projekt gleich ein Team. Es kann durchaus sein, dass wir mehrere Teams an der Stelle haben. So, die Zeit ist fast um. Ich will noch ganz kurz da reingehen und unser angelegtes Projekt hier zeigen, damit ihr auch mal seht, was da wirklich rauskommt. Und das Erste, was ihr hier seht, ist, der private Kanal ist da und hier oben kein Wiki. Und wenn ich jetzt in die Aufgaben reingehe, ja, ist natürlich klar, was jetzt kommt. Die Aufgabe ist hier schon da und ist vordefiniert. Muss ich noch einmal updaten. Ja, also Vertrag ist unterzeichnet. Notizen. Unser Notizbuch ist da. Und zwar in dem Fall nicht verlinkt, sondern wirklich neu mit den Inhalten. Wir haben hier eine Info, eins noch zu den Notizen und zu den Aufgaben. Die bekommen natürlich auch einen sinnvollen Namen. Ja, also ganz klar. Ja, also hier heißt es dann wie das Projekt, so heißt auch das Notizbuch. Weil das macht ja keinen Sinn immer. Jeder legt eins an, dass Notizen, 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 Notizen heißt, ist natürlich Unsinn. Ja, und wir haben hier noch eine Info-Page dazu, wo einfach Mitglieder, Besitzer und vor allem auch die Metadaten. Ein Projekt wird nach 60 Tagen automatisch archiviert. Ja, das kann man hier auch entsprechend anzeigen. Ich habe jetzt in unserer Demo eine spezielle Archivierung. Das wird in zwei Tagen schon archiviert. Aber erst, weil ich will natürlich nicht jedes Mal manuell meine angelegten Projekte hier löschen. Bei jeder Demo geht bei uns vollautomatisch. Und zum Schluss hier noch die Ordner und auch diese. Ah, da ist er noch dabei. Die werden auch gleich entsprechend dann mit angezeigt. Auch diese werden natürlich übernommen. Das dauert noch einen kleinen Moment. So, jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, die 40 Minuten sind jetzt schon um, ziemlich genau sogar. Ich könnte natürlich hier jetzt noch lange fortfahren mit verschiedenen Funktionalitäten, mit speziellen Baufunktionen an der Stelle. Also, vielleicht noch ganz am Schluss so eine mobile Mängelerfassung. Ich weiß, das ist für die einen oder anderen vielleicht auch völliges Neuland. Aber ich will euch einfach mal zeigen, was da noch für Sachen möglich sind. Also hier solche Pläne anzuzeigen und dann hier auch entsprechende Mängel zu machen, Fotos zu machen und so weiter und so fort. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hat riesen Spaß gemacht. Dann war noch die Frage, wo die Metadaten von dem Team gespeichert werden, Udo. Vielleicht kannst du das noch kurz beantworten. Die werden in der Bauakte gespeichert. Das heißt, in der Zukunft werden die auch von außen angreifbar sein. Wenn man gerade so ein ERP-System hat, kann man die auch von außen füllen. Ist der File Explorer schon verfügbar? Nein, leider noch nicht. Alles fiebert dahin, weil ich glaube, wir haben da einen riesen Schritt gemacht an der Stelle. Man muss sich noch ein bisschen gedulden. Eventuell gibt es ein Beta-Programm, wo man das dann auch mal ausprobieren kann. Das haben wir aber noch nicht entschieden. Dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank. Die Teilnehmer, denke ich, also ich fand es super und ich denke, ein Applaus ist jetzt auf jeden Fall nötig. Vielen Dank, Udo. Und am 24.03. sehen wir uns auf jeden Fall schon mal wieder. Jawohl. Tschüss.